Und danke an Dalukart, der einen sehr, sehr guten Tipp gegeben hat. Ihr müsst drei gebackene Geckos in ein Lagerfeuer werfen, zweimal links und einmal rechts drum rumlaufen und dann mit der Axt ins Feuer hauen, dann werdet ihr stärker. Danke, Dalukart. Und dann gucken wir Star Wars. Ja, dann gucken wir Star Wars mit Frodo. Und so. Das ist schon ein lustiger Boy. Spost. Habt ihr vor, Gangbees zu bringen? Öfter. Ja, Maurice. Gestern kam noch eine Folge. Das ist ein lustiges Spiel und wir dürfen es wahrscheinlich nur nicht wieder übertreiben. Ich fand die Szene, da war ich ja gar nicht bei. Also ich habe mich so weggeschmissen und die war so mega assig, als Daluk dieses... Und Bram auch so... Juhu, stopp! Hey Bram, ich kann doch einen Trick. Ich kann mich so... Das war echt mega gut. Also Respekt an Daluk dafür. Ach ja, schön. Und vor allen Dingen Sepp, der dann auch noch an dem Wagen hinkt und dann auch noch gewonnen hat. Bei beide... Oh Gott. Das war schön. Oh, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Ja, ich weiß. Aber ich kann da gerade nichts tun. Panik! Oh Gott, Alter. Komm, ich kann es nochmal, sonst spiele ich hier die ganze Zeit. Das ist doch voll Kacke, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit zucke. Oh Gott, boah, wie viel schrocken. Sorry, man. Aber die Situation war mega geil. Ich glaube, du kennst das Movement von dem. Ja, ja, lach euch hier. Ja, das ist so lehrig. Das ist so lehrig. Sie muss fit in. Ja. Das Junge! Was geht denn jetzt ab? Hast du denn jetzt gerade irgendwas sehr wichtiges eingefallen? Ah, wir haben die erste Stunde nicht aufgenommen. Die müssen wir dann aus dem Stream nehmen. Ich hab mal auf Aufnahmestarten gedrückt. Ich weiß nicht, wieso mir das jetzt eingefallen ist. Wissen können. Äh. Wow! Maximale Lautstärke für Adrissen. Kann ich mir direkt einen neuen Controller verkaufen? Er schreibt, guten Morgen. Ja, so mach ich das auch immer. Wenn ich morgens aufwach, erstmal jemandem 100 Euro gebe. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Das letzte Pen & Paper war ja Saufpack. Ja, stimmt. Ach, ja, stimmt. Aber das hatten wir extra abgeschlossen. Das haben wir vor über einem Jahr aufgenommen. Und dann mussten wir die ganze Zeit darauf warten, dass Ubisoft endlich mal Saufpack rausbringt, nachdem sie den Release-Termin sehr häufig in den Show haben. Das sind so Wichser, die Gegner. Ja, also ich gebe dir recht, aber ich dachte, du sprichst doch von Ubisoft. Nein, du Gottesdreck. Das sind so Wichser. Nein! Weißt du, was mir gerade einfällt auch? Ja, was denn? Ich habe meine Pizza mit Jogginghose dabei und frage mich, warum ich die nicht anhabe. Möchtest du dich kurz umziehen gehen? Ja. Einfach rechts an der Wand halten. Okay. Und dann gehst du durch so einen kleinen Durchgang. Da hauskillen. Und dann aber aus dem Gebiet auch wieder rausgehen. Das machen wir dann später. Okay. Und dann wollen wir killen. Ja, mach ich mal echt. Bist du die Hose umgezogen? So, dann weiß ich. Painter schreibt, könntet ihr mal das Spiel Echo spielen? Was ist ein Echo? Echo, 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 Echo. Ich habe keine Ahnung. Meinst du Echo and the... Ah, der meint bestimmt Echo. Du hattest doch diese Kombo hier. Echo and Shadow of the Colossus. Oder? War das nicht das? Ne, das ist Ico. Ach ja. Ja, siehst du, ich weiß Bescheid. Sondern nur mit Maus und Tastatur. Das fand ich halt scheiße. Was? Nochmal? Ist das ein Fehler? JK! Peter, mach mal bitte einen Trick. Schönen Tag noch. Pass auf, jetzt kommt der Trick. Ja, was mache ich denn jetzt? Was ein Trick. Was mache ich denn jetzt? Ah, komfort. Boah, krasser Trick gewesen. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber der war bestimmt raus. Das kriegt man für 100 Euro. Da hole ich die fetten Tricks raus, Leute. Na komm. Kommst du hier hoch? Oder was? Sag hallo. Sag hallo. Ha. Ja. Ja. Was ist denn los mit ihr? Ich freu dich nicht. Emma. Emma. Na komm. Soll ich dir mal hier im Gesicht? Ja, komm. Ja, geh jetzt mal. Geh jetzt mal mit Herrchen. Komm mal mit. Oh Gott, Kabel. Ich habe die Hot Thai Ente. Ich mag meine Enten wie meine Frauen. Dicke Brüste. Heiß und asiatisch. Ich habe gerade so gut einen Spruch gewonnen. Ich habe gerade schon so gefurzelt. Wir sind aber auch so hart. Komm schon. Nein. Ach komm schon, ey. Mann. Da fängst du einmal ein bisschen Späßchen zu machen. Du kriegst direkt die Quittung dafür. Mann, Mann, Mann. Du hast jetzt den Tüten da links geschildert, was? Das ist schlecht. Der verwandelt sich auch noch. Der ist auch schlecht. Oh, fuck. Panik. Scheiße. Sammeln wir mal ein bisschen. Warum ist deine Nachricht? Soll man da runter springen? Treasure. Ja, spring mal runter. Okay. Alter, willst du mich verarschen? Wir sind doch geämbert. Achso. Wart ist denn das Biest auf der Brücke? Wenn du über diese Brücke gehst, da kommt ein richtig dickes, fettes, haariges Biest. Aber da warst du gerade mit dem richtig kleinhaarigen Biest unterwegs. Katja hat eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Nein. Schön, Katja. Hast du Katja neu starten können oder was? Nein, ich denke, das hat meine Freundin von zu Hause aus gemacht. Weil die hat sich wieder eingesperrt. Katja ist so dumm manchmal. Ja? Finde ich mega cool. Es war mir eine Freude, mit euch den Freitag zu teilen. Couch-Geflüster. Wir haben gar nicht AMSR oder so gemacht. I know where you are. Okay. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.